So Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns eine neue Landschaft hier mal angeguckt. Also ich natürlich wieder offline, kennt ihr mich ja. Wir hatten uns hier ein Baumhäuschen gebaut, das hatte ich gebaut, das hatten wir gefunden und das wollen wir heute bauen. Ein Himmelshaus oder was das ist. Man braucht 60, was ist das eigentlich, und 91 Holzstämme. Hä, wir hatten das? Was war denn das für ein Zeug? Na, bestimmt Blätter, oder? Ah, Holzstämme sind das, okay. Gut, ja, und wie auch schon gesagt, in dem kleinen Video, das bestimmt jeder gesehen hat, wir haben 50 Abonnenten erreicht. Mittlerweile vielleicht auch schon mehr, ich weiß nicht, ich hab noch nicht geguckt heute. Also, danke dafür, Leute, aber ich will mich jetzt nicht so lange bedanken hier. Ihr könnt einfach das 50 Abo-Video gucken, da habe ich mich oft genug bedankt, also nochmals vielen Dank. Und ja, wir haben jetzt erstmal hier etwas Dings. Oh, hier ist etwas Medizin, können wir mal nehmen. Dass wir Essen aufgefüllt bekommen, Automatik. Ja, hopp. Und, ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ihr wisst ja, dass, ähm, The Forest, also das Spiel hier, als Open-World-Horror-Spiel angezeigt wird. Aber, ich kann mich irgendwie nicht beklagen, dass es irgendwie ein Horrorspiel ist. Ich meine, es ist nicht gerade ein Horrorspiel, es ist eher so ein, an manchen Stellen, eklig und Killer und alles so. Also, Horror ist da was ganz anderes. Horror meine ich jetzt so, also ich bin Horrorspiele nur gewöhnt, zum Beispiel jetzt so mit so Musik, Jumpscares und alles. Das sind für mich Horrorspiele. Ich meine, hier können auch mal Jumpscares vorkommen, aber ich hab bis jetzt noch keinen. Ich bin bis jetzt noch nicht erschreckt worden von diesen komischen Ureinwohnern. Und die erschrecken einen auch nicht, die kommen einfach nur losgerannt auf einen. Das Einige, was dieses Spiel ist, ist an manchen Stellen sehr verstörend oder eklig, wegen den aufgeschlitzten Leichen und alles. Aber deswegen ist sie auch ab 18. Und, ja, deswegen spielen wir es auch gerade. Warum spiele ich das Spiel eigentlich? Ich weiß nicht, mir hat es so gut gefallen von dem einen YouTuber. Ich nenne jetzt keinen Namen hier. Privatsphäre muss auch sein. Und, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, in, ich hab's schon mal gesagt, in diesem Minecraft-Display hatte ich es, glaube ich, gesagt. Wir fahren in zwei Monaten, ist es, glaube ich, nach Kölle, also nach Köln. Und, ja, da werde ich viele YouTuber treffen, die natürlich auch filmen. Und auch eben meine eigene Reise selbst filmen, wenn wir über den Weihnachtsmarkt gehen, in den Kölner Dom. Äh, das weiß ich, durch die Innenstadt fahren, vielleicht hole ich mir noch ein Longboard bis dahin, schweif da ein bisschen da rum. Vielleicht mache ich ja auch bis dahin schon Facecam, ich weiß noch nicht, weil ich hatte vor, erst mit, äh, 1000 Abonnenten Facecam zu machen. Dann ist es auch schon viel vertrauter, dann kann man sich auch mal dem Internet zeigen. Ich meine, ich könnte es auch jetzt machen, aber der Tipp im Internet ist, zu früh noch nicht. Weil, dann kennen einen die Leute nicht und dann wird man gleich wieder unbekannt hier. Dann denken die, ach, den kenne ich nicht. Einfach weiter hier. Deswegen, das Internet sagt, Facecam erst mit 1000, höchstens 1000 Abos. Machen ja auch die anderen alle so. Ja. Wir haben schon wieder keine Kontrolle über uns. Aber wir haben ja unendlich Cola, haben wir ja gesehen, diesen Bug. Nur noch neun Stück, dann haben wir das hier auch und ist schon wieder bald fertig. Noch ein 91 Holz bauen wir dann. Wir haben ja noch das Dino. Wo ist das Dino-Mite? Wir hatten auch noch eins übrig von der letzten Folge. Oh mein Gott, es wurde uns geklaut. Oh mein Gott. Und ja, ich habe vor, so Staffel 1 so zwischen 15 und 20 Folgen zu machen. Reicht ja. Und Staffel 2 kommt dann nächstes Jahr, also 2006. Du sollst keinen Baum erbauen. 2016 mit der GTX 970 TI oder wie man das nennt. So. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Oh Gott, ich freue mich so auf meine Grafikkarte. Ich freue mich so auf meinen Geburtstag. Also ich kriege es ja an meinem Geburtstag. Ja. Das haben wir jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir haben mal das Haus. Jetzt können wir noch schnell das Dino mitholen. Und dann haben wir auch schon wieder ein neues Gebäude errichtet. Ja, hoffentlich sind es hier keine Ur-Rein-Bumser. Ich nenne hier ab jetzt Ur-Rein-Bumser. Das ist irgendwie so hell. Ich guck mal gar nicht. Maus-Bug. Low-Memory-Word haben wir wieder vergessen anzumachen. Oh Gott, Leute. Wir sind wirklich vergesslich. So, hier ist das Dynamit drin. Das haben wir schon mal. Ah, hier ist das Hauptgebäude. Stimmt ja. Hier ist das Cola. Und ich werde gerade angerufen. Verdammt. Okay, ich mach kurz das Mikrofon aus. Bis gleich. Fail. Okay, ich mach kurz das Mikrofon aus. Okay. So. Hey! Und es geht wieder los. Wir sprengen wieder Bäume, Leute. Ich mag das. Ich mag diesen Bug. Ist ja normal kein Bug. Ist ja auch kein Cheat. Ich meine, wir sprengen ja die Bäume, Leute. Ist einfach nur geil. Jetzt werden wir nach hier hinten noch einer rein. So. Und boom. Macht jetzt wieder. Oh. Und da hinten werfen wir noch einer hin. So. Und dann können wir auch schon anfangen. Mit dem Aufsammeln. Komm. Hopp. Hopp. Wie der mal macht. Ö, ö. Macht der immer einen Schwa. Lustig. Oh Gott. Wir haben schon wieder. Keine Energie. Sondern das ist einer. Da wag ich ja 10 Red Bull in einer Stunde hier. Lahme Ente. Das ist einer. So. Ich sag dir eins, wenn ich aus diesem Wald entkomme, ey, dann fange ich ein neues Leben als Millionär an. Also wirklich. Oh Gott. Ich bin irgendwie so verwirrt heute. Ich meine, heute war irgendwie so ein anstrengender Tag. Ich meine, obwohl wir heute nur sechs Stunden Schule hatten, ist irgendwie voll anstrengend. Und irgendwie sind 91 Holz nicht so viel. Das sieht nicht so viel aus, meine ich jetzt so. Ja, komm, du mit deinem blöden Geschnaufster immer. Du trinkst ja die ganze Cola, ja, du bist ja fett wie so eine Streifenwutz im Wald. Was ist eigentlich Streifenwutz? Ich habe ein neues Tier erfunden. Oh yeah. Die Streifenwutz, ab jetzt im Museum, ausgestopft. Gefährliches Tier ever. Tötet mit einem bis tausend Menschen eine ganze Stadt. Jetzt besuchen, die Streifenwutz. Und ihr habt auch bestimmt schon gehört, das ist immer noch etwas da. Hey, ihr kleinen Dildos. Was macht ihr denn hier? Hallo. Hä? Was machen die kleinen Dildos da? Ich stelle jetzt einfach mal kleine Dildos. Was habt ihr denn für einen Anfall? Tja, was ist? Ich stehe hier auf dem Stein. Ihr kommt hier nicht hoch. Ihr kommt hier nicht hoch, ihr kleinen Dildos. Hä? Na? Was macht ihr denn da? Perverslinge. Stell dich einfach nackig vor, mich. Darf vielleicht wahr sein, hier das? Wenn wir jetzt runtergehen, sterben wir bestimmt. Oder wir machen ein Hashtag YOLO und YOLO. YOLO, 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 YOLO. Yeah. Hashtag YOLO, Leute. You only live one, bitch. Ja, komm, ich hab dir... Oh, hab ich dir gerade Kopf abgehackt, ey. Alter. Ich hab dir in die Hux, in die Hose geschissen. Ja, der kann schon wieder nicht. Jetzt hab ich mich gerade wirklich erschrocken vorhin, wo die so einen komischen Ton da hängen abgelegt hatten. Wir gehen lieber mal in unser Baumhaus zurück. Da oben versuchen wir jetzt mal mit dem Crafting hier so ein bisschen. Das Haus kann ja warten und... Ja. Ich muss mich jetzt leider entschuldigen, ähm, dass diese Folge jetzt nur elf Minuten geht. Wirklich tausendmal... Alter, stehe hier mal ins Haus rein. Wirklich tausendmal Entschuldigung. Heute Abend kommt auch noch eine zehn Minuten Folge The Forest. Oder... Morgen. Morgen kommt leider keine Folge, weil morgen bin ich ja wieder nicht da. Sorry, deswegen, weil dieser Anruf ist wirklich wichtig. Und... Ja. Entschuldigung, dann kommt jetzt das nächste Mal eine 25-Minute-Folge The Forest am Samstag. Bis dahin würde ich sagen, sorry wegen der kleinen Folge, aber naja, haut rein und ich bin raus und ruf jetzt zurück. Und ja, schönen Tag noch. Ciao, euer SaschiLP.